hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge uncharted 4 schön dass ihr wieder eingeschaltet habt schön dass ihr dabei seid euer transek begrüßt euch am mic und heute geht es weiter weiter im titel hier wir sind gestrandet das letzte mal mit sam sam ist irgendwie weg mit unserem boot sind wir gestrandet da hinten sind noch die feuerschwaden die rauchschwaden an unserem boot und wir müssen sehen dass wir jetzt hier vom strand wegkommen das regnet er friert die hund und wir müssen jetzt mal schauen wo ich überhaupt entlang muss das kann ja heiter werden hat er sich auch noch verletzt da ist nicht richtig ist auch gar nicht so einfach bei diesem unwetter hier den richtigen weg zu finden ja freut mich dass er wieder dabei seid dass sie eingeschaltet habt erst mal weiter nach oben kommen genau erste regel nach oben finde der haus wo du bist da kann er nicht hochklettern raum das bringt auch nichts dadurch geht auch nicht dass er steht diese vor flixte insel was für ein gewitter nach der arme kerl der fitz hier noch zu tode ich kann leider nicht schneller laufen schon hier in der gegend rum umher irren muss das doch irgendwie hier richtig sein ja oi dach war scheinbar richtig da hinten hoch kann ich mir nicht vorstellen die erstmal hier lang hoffentlich finden wir unseren bro wieder da geht es nicht weiter also müssen wir hier irgendwie lang das macht sinn da kann ich sowieso nicht hören sam wo bist du so hier haben wir im uhr ja mein überblick tja da kann ich hier vor hier kann ich lang doch hier kann ich lang okay da ist noch ein gestrandetes schiff hier kann ich da runterspringen jawohl oh ja da ist was alles weg ach wir sind hier gestrandet ganz allein ohne sam doch er geht hoch komm her das schaffst du das gute daran ist wer kann ich nicht verlieren außer mein leben das ist richtig selbstgespräche das ist das erste anzeichen für wahnsinn oh ja hier können wir klettern oh mein gott was für ein albtraum mir geht's gut mir geht's gut mir geht's gut mir geht's gut da kommen wir nicht weiter ich schätze mal wir müssen hier uah das ist nur bei stein oh oh cheate klappt das ich gebe mal volles risiko ja hat geklappt das ist einfach durchbeißen einfach durchbeißen einfach durchbeißen wow 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 vorsichtig nicht abrutschen nicht abrutschen vorsicht 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 die ist brandgefährlich hier oh komm wir weiter weiter wir wollen hier keine wurzeln schlagen bei dem schlechten Wetter verdammt da kommt da nicht da müssen wir hier die kleinen da kommt da nicht hoch so ein Mist was soll das denn das schafft er nicht Hinweis dazu hoch zu klettern dazu muss er erstmal ein bisschen Halt kriegen hier ah ja ok komm her ja er hat fast gehabt jawoll oh rutsch bloß dich ab wow oh oh mach mir jetzt gleich in die Hose jetzt müssen wir den nehmen hier links oh halt dich fest oh ja arme Kerl ja ich weiß das auch was ich machen muss er er muss da rein jo jetzt haben wir Chance nach oben hey das war eine schwere Geburt ich muss weitermachen einfach weitermachen ja etwas weniger mit dir selber sprechen würde auch helfen oh ne ne noch nicht noch mehr von diesen blöden abhängen hier ja ist ja gut unten reichen jawoll nach oben kommt er da an ja ja vielleicht da nicht an wie soll er da denn jetzt unten ankommen denn kann eigentlich nur da schräg hinten so nun mach noch ich musst also erstmal weiter rüber Er geht nicht weiter rüber. Ja, was machst du denn? Ah, du bist ein Paddel. Wow, wenn er da runterfällt, dann ist Alarm, ja? Ja, euer Hinweis geht mir langsam auf den Sack hier. Wenn das so glitschig ist, was soll ich denn machen? Der muss da auch übergreifen, wenn er jedes immer abrutscht hier. Ah, endlich. Okay. Okay, ich denke mal, jetzt muss er da oben ran. Er kommt da nicht ran. Okay. Kommt er da ran? Jawohl. Okay. Da kommt er nicht ran. Jawohl. Wir müssen da oben... Stellt sich doch auch ein bisschen doof an. Ja. Ja. Ach, Mensch. Scheinbar hat's so sollen sein. Oder bin ich jetzt tot? Hm? Nee. Sollte wohl so sein. Wow, was für ein cooles Bild. Das sieht so echt aus. Wir sind in irgendeiner Höhle gelandet hier. das ist so. Sag mal. Sam. Durch Zufall liegt da auch noch ein Fernglas. Ganz großer Zufall. Nee, das ist eine Lampe. So, weiter geht die wilde Fahrt hier. Ja, der Regen hat auch endlich nachgelassen. Ui, das sieht ja wieder spannend aus hier. Ui, 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 ui. Und da sind sie wieder, unsere Gebirgspfade. Wow, was für ein Sprung. Jetzt klappt das auch wieder mit dem Übergreifen. Ah ja, da müssen wir... Dass der das hinkriegt, das ist ja unfassbar. Müssen wir hoch? Oder müssen wir da runter? Hm. Ja, das geht. Ich würde sagen, da jetzt... Erst hier hin? Nee, das ist zu weit. Wow. Krass, jetzt ist es auch trocken. Nice, endlich. Doch, hier kommen wir durch. Sehr schön. Schöne Gegend hier. Wenn ich gar nicht weiß, wo wir jetzt überhaupt hinkommen. Hm. Ich habe keine Ahnung, wo wir langen müssen. Da hoch. Ja. Das sieht ganz so aus. Jetzt müssen wir da irgendwie hoch. Boah, was für eine Aussicht. Ei, 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 ei. Da ist... Ach, der richtige Weg. Nice. Schön. Dann mal hoch. Hm, hm. Schön festhalten, mein Lieber. Schön festhalten. Oh, shit, nein. Oh, boah, 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 boah. Halt dich fest. Da geht's. Boah. Weit runter. Da geht's weit runter, das sag ich dir. Wie sollen wir da jetzt hochkommen? Das ist ja fast unmöglich. Da kommen wir nicht mehr hoch jetzt. Keine Chance. Wir müssen hier weiter jetzt, würde ich sagen. Jawohl. Das ist ja nix. Genau. Und da irgendwie... Boah. Im Leben würde ich da nicht lang klettern. So, nun mach weiter. Boah. Boah. Ist das heftig. So, weiter, weiter. Da oben ran? Äh, ja. Wie auch immer er das jetzt machen will. Da muss ja... Kräfte, die... Ja. Ja. Wow, was für eine Aktion hier. Voll die Bergsteiger-Aktion. Wir haben den Mount Everest bestiegen. Oh, da kommen Schiffe an. Verdammt. Pass auf dich aufs. Wow. Macht er den da nicht rum? So. Ich würde sagen... Hieronimo. und wir sind wieder in einer höhle so mein lieben und hier ist auch schon wieder ende wir machen einen kleinen cut ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag und freue mich dass ihr dabei gewesen seid bis zum nächsten mal haut rein bis dann und ciao